Ist das Lilian? Ja, auf die Plätze! Fertig! Los! Boah, du bist heute so schnell! Das gibt's ja nicht! Na, ja, genau! Da ist schon zugespielt, Leicht? Ja! Da ist schon zugespielt, Leicht? Nein, prüren wir es einmal! Da ist wirklich schon zugespielt, ist Leicht schon eine! Oh, da ist die Waschmaschine da drin, gell? Hast du einmal da drin öfter, Sebastian? Waschen! Was waschen wir da? Wischen waschen! Genau! Leider haben wir oft kein Kleingeld, dass wir die Wischen waschen können. Sonst geht's ganz gut! So, jetzt schauen wir... Jetzt reinen wir noch zu einem Auto, Sebastian! Da können wir eh da hinten rum reinen! Auf die Plätze! Fertig! Los! Was? Das! Wo ist der Auto? Da gehen wir! Nein, da! 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 Komm! Ich geh vor! Ja, das ist noch ein Stück! Komm! Geh mal weiter noch! Da sind die Mülltonnen jetzt! Mülltonnen! Genau! Komm! Geh weiter noch! Nein! Noch nicht ganz! Komm! Boah! Genau! Jetzt leg rein! Zu unserem Auto! Jetzt siehst du's schon! Siehst du's schon? Ja, ich habe den Schlüssel nicht eingestickt, Sebastian! Das ist unser Auto, oder? Wo fahren wir mit dem Auto oft hin? Amerika Kalifornien Kalifornien Weißt du, was ich jetzt noch möchte, Sebastian? Jetzt gehen wir noch dein Schlafzimmer rein, okay? Ich bin wach Ich bin wach Ich bin wach Schau, da ist unser Haustier Da müssen wir rein Kannst du einmal klopfen, Sebastian? Wenn man aufmacht Sebastian Klopf einmal Macht es nicht auf, Mama, hm? Hört, ich schau einmal Mama will nicht aufmachen, das ist eine Stritze Genau deinen neuen Becher musst du herzeigen Zeig ihn her mal gescheit Wow, der ist schön, hm? Haben wir den gestern gekauft Ja, da bist du einmal her Ja, komm, wir müssen jetzt noch Schlafzimmer herzeigen Schlafzimmer? Das ist wieder ein Video für daheim Kannst du ruhig was sagen, wenn du mögst Sag nichts Blöds Wolltest du schließen? Nein, Mama Schau, jetzt gehst du in dein Schlafzimmer, Sebastian Jetzt zeig mal dein Schlafzimmer noch her, komm Hey Sebastian, komm Komm, komm, komm in dein Schlafzimmer Zeig's einmal, zeig mir einmal, wo du schlafst Komm Ah, du hast überhaupt kein Zeug, gell? Das ist eine andere Zeug Komm, jetzt zeig mal dein Schlafzimmer her Ja, Papa Da läuft immer Ah ja, da schläfst du Und schläfst du da gut, Sebastian? Und mit wem schläfst du da? Mit dem Pa Mit der Mama Und mit dem Papa Und mit dem Mama So, Papa auch sagen wir wieder, gell? Da wohnen wir jetzt